Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Keine Lust auf irgendwelche Katzen und ihr dachtet ich sage das schlimme Wort. Nee, ist nicht so. Lass uns mal zurück. Sind da wir Banditen? So. 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 Okay, dann machen wir schon mal Platz hier. Acht Beine sind einfach zu viel. Ja, das sage ich mir auch immer. Reicht, wenn ich mich auf meine Beine konzentriere. Muss hier. Verflucht. Alter Mann. Scheiße. Lauf hier durch. Da brauche ich unbedingt eine Brücke um hier rüber zu kommen. Und dann gucken wir mal nach der ersten Prüfung. So. Gute Nacht und Wartezeit. Hier drüben. Äh, ja, ich hab gerade gerauert. Boah, war das eine fette Tüte. So. 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 Und wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind. Sie haben ihr Lager weiter vorne aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's! Okay. Dann lass mich aber erst mal abspeichern. verflucht, bitte. Ich habe keinen Bock da zu sterben und die ganze Scheiße neu zu machen. Das kenne ich ja schon nun wirklich zu oft hier. Okay, dann... Ähm, wo ist denn der? Der wahrscheinlich hier. Gut. Obwohl, ich kann auch ein bisschen weiter raufgehen und mich mit den anlegen. Stopp! Jetzt speichere ich. Jetzt wird gespeichert. Hehe, ich will kämpfen. Ich brauche diese Erfahrungspunkte. Wenn ich jetzt draufgehe, kann ich immer noch laden. So, ich muss das Kabel... Ah, das Kabel. Und ich kann nicht die ganze Zeit hier auf einem Ding jetzt sitzen. Das ist schwierig. Ich bin ja kein Typ, der ewig sitzen kann. Da juckt ich mir am Arsch. Und ich... Ja. Genau. Protego! So. Protego! Protego! So. Nimm ich mit. ich höre ich mir mein kind ich glaube ich kann das nicht vergessen so cool so so f sind hier noch gegner da ist auf jeden fall was so genau kann man nicht rumliegen lassen um gottes willen ist hier noch was war ich hier schon gewesen war ich hier echt schon gewesen übersteuert mit dem mikro gerade merkwürdig das andere mikro hatte irgendwie was mit dem ich jetzt gerade höre hat irgendwie total scheiße tonqualität wenn ich aufnehme und dieses schnurlose mikro finde ich irgendwie besser komischer stuhl ist bestimmt saubequem wenn man die ganze zeit auf holz sitzt okay jetzt bin ich hier untersuche das anwesen untersuche die anwesenheit der kobäute dann gehe ich mal hier rein aber erstmal speichern nachdem ich den kampf gewonnen habe die mission ist ja nicht misslungen weil wurde mir zumindest nicht angezeigt also scheint es ja gut gelaufen zu sein da komme ich nicht rein okay dann gehe ich mal hier rüber okay funktioniert auch nicht ja was muss ich denn jetzt hier machen ist hier ein wahnhof ist hier noch einer hier ist nichts ich bin jetzt hier hier ist aber auch nicht großartig so aber hier ist was befehle direkt von rennrock diesen befehl nach suchen sie etwas das mit namen zu tun hat welche namen und warum hier du wirst blöde okay na dann so 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 nein mensch was soll denn der scheiß da stelle ich irgendwelche Fenster hier aufgehen krass krass da ist da was ne gerade hat sich mein Fenster unten aufgemacht beim kämpfen das finde ich total scheiße weil ich da nicht mehr agieren kann und mich nicht mehr bewegen kann da finde ich echt total sind kotzen wenn es drauf ankommt das dürfte der eingang sein ja das hatte ich vorhin auch schon gedacht sie ist verschlossen lumos so jetzt ja so ja reeder sein so so